Frotti Benjaminsen ist ein Föhrischer Fußballspieler. Er spielt bei HB Torshaven und in der Föhrischen Nationalmannschaft, für die er Rekordspieler ist, als Mittelfeldspieler. Fußball Benjaminsen begann seine Karriere bei B68 Toftier. Zunächst lief er 1994 erstmals für die zweite Mannschaft in der zweiten Liga auf. Das erste Spiel bestritt er am ersten Spieltag bei der 0-2-Auswärtsniederlage gegen L.I.F. Leerwig. Bereits in seiner ersten Saison folgten Einsätze in der ersten Liga. Sein Debüt gab er beim 0-7 gegen G.I. Goethe am elften Spieltag, als er in der 70. Minute für Johannes Danielsen eingewechselt wurde. Im zweiten Jahr kam Benjaminsen in der Gruppenphase des Pokals auf einige Einsätze. Danach wurde er wieder in der zweiten Mannschaft, die in die dritte Liga abgestiegen war, eingesetzt. Sein erstes Pflichtspieltor gelang ihm am zweiten Spieltag beim 4-1-Auswärtssieg gegen Scala F. Benjaminsen traf hierbei zum 2-0. Im letzten Saisontrittel wurde er zur ersten Mannschaft befördert und kam dort insgesamt auf sieben Erstliga-Einsätze. Ab 1996 zählte er endgültig zur Stammmannschaft des Erstliga-Teams und bestritt neben einem Großteil der Ligaspiele auch sämtliche Pokalspiele. Sein erstes Tor in der höchsten völlischen Spielklasse gelang ihm am 13. Spieltag zum 3-1-Endstand gegen V.B. Wagur. 2002 wurde Benjaminsen zum ersten Mal zum Spieler des Jahres gewählt. 2004 spielte er ein Jahr für Fram Rekjavik in der Landsbankerdeilt. Ein Jahr später kehrte er auf die Vörinseln zurück und trat fortan für B36-Torshafen an. Direkt im ersten Jahr konnte die Meisterschaft an der Seite von Jakob Mikkelsen, Ellen Morkore, Mikjalka, Thomassen und Puel Torsteinzorn gewonnen werden. 2006 gelang zudem der Sieg im Atlantik-Cup nach Elfmeterschießen gegen F.H. Hafner Fjörter. Benjaminsen erzielte hierbei sowohl das erste Tor in der regulären Spielzeit als auch das erste Tor im Elfmeterschießen. Sowie der erste Sieg im fölischen Pokal durch ein 2-1 gegen G.Klakswig, wobei Benjaminsen das erste Tor vom Elfmeterpunkt erzielte. Nach dem ersten Drittel der Saison musste er jedoch für einige Wochen pausieren, da er sich in einem Spiel für die Nationalmannschaft einen Knochenbruch im Fuß zuzog. 2007 konnte der Sieg im Supercup gegen den fölischen Meister H.B. Torshafen errungen werden. Erneut gelang Benjaminsen das erste Tor in der regulären Spielzeit. Im anschließenden Elfmeterschießen war er ebenfalls erfolgreich. 2008 wurde der Wechsel zum Lokalrivalen H.B. Torshafen vollzogen. In der zweiten Saisonhälfte fiel Benjaminsen aufgrund eines gebrochenen Fußes einige Wochen aus. 2009 wurde zunächst der Supercup mit 3-1 gegen Double-Sieger E.B. Stremur gewonnen. Im selben Jahr gewann Benjaminsen seinen zweiten Meistertitel. Der Mannschaftskapitän von H.B. Torshafen wurde ebenso zum zweiten Mal zum Spieler des Jahres der Vöhr gewählt. Im Jahr darauf konnte der Sieg im Supercup mit einem 2-1 gegen den fölischen Pokalsieger Viking Gurgota wiederholt werden. Benjaminsen schoss hierbei das erste Tor. Ebenso konnte die Meisterschaft verteidigt werden. Seine Mannschaftskollegen in den beiden Meisterjahren waren unter anderem Androa V. Flotum, Christian R., Mauritzen und Simone Eiler Samuelsen. Nach Ende der Saison 2010 wurde Benjaminsen erneut zum Spieler des Jahres gewählt. Das Spiel um den Supercup im Jahr darauf verlor H.B. mit 0 zu 2 gegen E.B. Stremur. 2013 wiederholte sich sowohl der Erfolg in der Meisterschaft als auch die Wahl zum Spieler des Jahres. Zu seinen Mitspielern zählte diesmal auch Johann Trös-Davidson. 2014 verlor Benjaminsen mit H.B. sowohl das Spiel um den Supercup als auch das Landespokalfinale gegen Viking Gurgota mit 1 zu 2 bzw. 0 zu 1. Mit 410 Einsätzen in der felschen 1. Liga liegt Benjaminsen gemeinsam mit E.G. Labo auf dem zweiten Platz hinter H.T. Nalakjuni. Benjaminsen bestritt bisher 32 Spiele im Europapokal. Im Ui Cup gab er 1996 sein Debüt bei der 0 zu 4 Heimniederlage von B68 Toftier gegen Laske Linz. 2005 06 erreichte er in Diensten von B36 das Hafen durch ein 1 zu 1 und 2 zu 1 gegen Nibé V. Westmanica die zweite Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal, in der er beim 2 zu 2 im Rückspiel gegen FC mit Jüland mitwirkte, was nach der 1 zu 2 Hinspiel-Niederlage das Ausscheiden bedeutete. In der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League 2006 07 gewann er mit B36 gegen FC Bürkirkara auswärts mit 3 zu 0, dem höchsten Sieg einer felschen Mannschaft. Das Erreichen der zweiten Runde wurde schließlich durch ein 2 zu 2 gesichert. Dort war jedoch Fan Erbatsche Istanbul deutlich überlegen und gewann beide Spiele mit 4 zu 0 und 5 zu 0. Sein erstes von bisher drei Toren erzielte er in der ersten Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals 2007 08 für B36 das Hafen bei der 2 zu 3 Auswärtsniederlage im Rückspiel gegen Ekranas Paneveses vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 2 zu 2 Ausgleich. Benjaminsen absolvierte bisher 86 Spiele für die Nationalmannschaft der Vöhr und schoss dabei sechs Tore. Er löste Uli Johan Esen als Rekord-Nationalspieler ab. Bei den Toren steht Benjaminsen an vierter Stelle. Sein erster Einsatz erfolgte ebenso wie bei Rock V. Jacobson am 18. August 1999 im Freundschaftsspiel gegen Island, welches in Torshafen mit 0 zu 1 verloren wurde. Benjaminsen wurde hierbei in der 81. Minute für Samal Jünsen eingewechselt. Sein erstes Tor gelang ihm am 21. August 2002 beim 3 zu 1 Sieg im Freundschaftsspiel gegen Lichtenstein. Er erzielte beim Heimspiel in Torshafen die 2 zu 1 Führung. Erfolge viermal Vöschermeister. 2005, 2009, 2010, 2013. Einsmal Vöscher Pokalsieger. 2006, dreimal Vöschers Supercup-Sieger. 2007, 2009, 2010. Einsmal Sieger im Atlantic Cup. 2006, viermal Spieler des Jahres. 2001, 2009, 2010, 2013. Persönliches. Benjaminsen ist hauptberuflich als Zimmermann tätig. Wir sehen uns.